Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. In der letzten Folge haben wir uns mit Leonardo und der Kutsche auf den Weg hier in die Berge gemacht. Haben uns dabei tapfer gewehrt gegen Wachen, gegen die Borgias, die uns verfolgt haben. Jetzt starte ich hier diese Erinnerung und schauen wir mal, wie es weitergeht. Romania Ausflug. Synchronisiert, naja. So wirklich nett war der Ausflug ja nicht. Auftragsattentate freigeschaltet. Okay. Kuriermissionen freigeschaltet. Jetzt haben wir also hier in den Bergen so einiges freigeschaltet. Auch Schlägereien. Schade, war gerade so hübsch hier. Können wir nicht noch ein bisschen bleiben? So. Schniekebiste. Umhang ist in diesem Gebiet nicht wirksam. Das ist sehr schade. Aber ich lasse ihn trotzdem an, weil er sieht sehr schick aus. So, hier ist leider auch nicht mehr so schön grün. In Forli sind wir jetzt. Begeben wir uns erstmal zu diesem Aussichtspunkt, um so ein bisschen einen Überblick uns zu verschaffen. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Und wir haben wieder mehr Geld in der Truhe zu Hause. Was ist denn das hier für eine Gegend? So hübsch sieht die jetzt auch nicht aus. Eben war viel schöner und grüner. Je grüner, je schöner. Wer seid ihr denn da? Lasst ihr mich auf meinen Turm da hoch? Ja. Entschuldigung. Ich mag den Glitzi hier gerade mitnehmen. So, sehr schön. Und dann kommen wir auch direkt hier hoch. Hopp, hopp, hopp. So, schnell bevor das Gewitter hier aufzieht. Und synchronisieren. Oh, was für eine coole Burg da im Hintergrund war. Das möchte ich mir jetzt aber erst mal in Ruhe anschauen. War super schön. Was war da noch? So eine Art Leuchtturm. Ja, sieht so aus. Okay, gucken wir nochmal gerade. Was haben wir denn jetzt hier alles freigeschaltet? Wir haben noch eine Codex-Seite. Wo ist denn die nächste Erinnerung, wo wir hin sollen? Ah, Italia. Bella Italia. Ist gerade gar keine... Bin ich blind oder ist hier gerade gar keine Erinnerung freigeschaltet? Weil dann würde ich mich hier auf den Weg zur nächsten Codex-Seite machen, wenn dem tatsächlich so ist. So, runter mit dir. Weil auf der Minimap wird es angezeigt. Ich weiß aber nicht, ob das hier in der Gegend ist. Oder ob wir irgendwo ganz anders hin müssen. So. Gehen wir mal hier rein. Gut. Gehen wir mal hier in der Gegend. Gut. Guten Tag. Ah, hier haben wir die Codex-Seite versteckt. Versteckt ist relativ. Zack. Euch zwei. Dich nehme ich mir. Aua. 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 Na gut. Einen Schlag hattest du frei. So. Und dann holen wir uns hier die Codex-Seite. Zack. Niemand darf diesen Abschaum verteidigen. Oh mein Himmels Willen. Wie schlimm. So. War hier jetzt der Turm? Gehen wir mal gucken. Hepp, hepp, hepp. Da ist ein Turm. Das ist sehr gut. Hier rüber und weiter nach oben. Das solltest du hinkriegen. So. Dann haben wir wieder ein bisschen freigeschaltet. Wird denn jetzt auf der Karte irgendwie ein Erinnerungsanfang angezeigt? Was haben wir denn hier drunter? Ein Auftragsattentat. Okay. Und da haben wir nochmal eine Codex-Seite. Hier haben wir einen Herold. Den wir bestechen können. Da wurde ich auch belehrt. So. Puh. Gehen wir uns mal die nächste Codex-Seite holen. Weiß gerade nicht so wirklich, wo die nächste Erinnerung starten soll. Wo kann ich denn hier reinspringen? Ach, da ist was. Das wurde von einem Holzbalken verdeckt. Batz. So, hier geht's in Richtung Codex-Seite. Hier gibt's auch irgendwo eine Glyphe. Ha. Das wird mich natürlich jetzt auch wieder reizen. So eine Glyphe. So, gehen wir mal grad zu diesem Herold hier und bestechen den. Assassine gesichtet! Fock! Du hörst mal schön auf zu brüllen. Dankeschön. So, jetzt lasse ich aber die Codex-Seite mal Codex-Seite sein, weil dann haben wir wieder die Aufmerksamkeit auf uns gezogen. beschützt die Schwachen vor der mächtigen Sau. Machen wir mal das Adlerauge an. So, hier sehen wir es erstmal noch nicht. Vermute mal, wir müssen da wieder hoch. Ah, da sehen wir sie schon. Da ist doch schon die Glyphe. Das ging ja diesmal relativ schnell. Kommen wir denn da hoch? Und drei, exakt, wie du ja! So. Wie kommt der gute Ezio da hoch? Das ist wohl hier eher das Problem, als die Glyphe zu finden. Upsili. Nee, nicht von hier. Du sollst dich da nicht runterstürzen. Ja, ja. Singt ihr noch ein bisschen. Wieso kommst du hier nicht weiter hoch? Hm? Einmal hier drumrum. Kann der da rüberspringen? Hm. Ja, ja. Ich wollte euch nicht erschrecken. So. Ach komm, da kannst du doch hoch. Du sollst dann nicht wieder zurück. So, aber hier kommst du doch hoch, oder? Ach, erzähl dir doch keinen. Du kommst doch hier hoch. Das macht er so gut wie gar nichts mehr. Das ist aber jetzt albern. Ja, ja, jetzt habe ich euch wieder erschreckt, ne? Dann muss es noch einen anderen Weg hier hoch geben. Bringt uns das hier irgendwie einen kleinen Hinweis? Nein. Da kommst du auch nicht hoch. Hier müsstest du doch tatsächlich überall hochkommen. Hier ist doch alles brüchig. Dann kommen wir hier auch wieder von der anderen Seite rüber. Von einem anderen Haus vielleicht hier rüberspringen. Steht hier irgendwas so in der Nähe, dass man hier rüberkommt? Ja, ja. Ja, der Ezio ist sowas von gelenkig. Hier kommst du auch nicht hoch. Ezio, was ist mit dir los? Das nervt mich aber gerade. So, ach guck, was haben wir hier? Nehmen wir das mal eben. Da war der Weg zumindest hier schon mal nicht umsonst nach oben. Wenn wir schon vielleicht doch nicht hier rüberkommen. Von der Rückseite von der Kirche vielleicht. Von hier werden wir wohl doch nicht rüberkommen. Guckt's ihr denn alle so? So, was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Habe ich eben noch gedacht, ach, die Türme sind ja relativ einfach geworden. Schon kommt sowas hier. So, aber jetzt sind wir zumindest schon mal hier auf dem Dach. Das ist sehr gut. So, Glyphe. Jetzt habe ich dich. Hinten ist auch noch ein Federchen. Aber Federchen bleibt erstmal Federchen. Ich habe jetzt Bock auf diese Glyphe. So. Kann ich das Ding denn jetzt aktivieren? Ah. Brüder. Datei freigegeben. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob ich hier genauso gut klarkomme. Zumindest weiß ich ja... Na. Weiß ich ja jetzt, wie ich in den nächsten Ring komme. Da bin ich auch schon kläglich dran gescheitert. Zack. Ja, stimmt doch. Das passte doch. Sieht doch super aus, oder? Das andere passt doch nicht. Erzähl mir doch keinen. Ach, muss ich dann jetzt andersrum arbeiten? Oder wie, oder what? Das muss dann da so... nach unten? Und jetzt kriege ich das einzeln gedreht. So. Ach, und jetzt habe ich das hier wieder zusammen. Ach, herrje. Nee, das ist eine Hand. Die wird wahrscheinlich da oben hinkommen. So. Nein, du bist die andere Hand. So. Dann müssen wir das wieder drehen. Aha. Man muss dann auch mal von außen arbeiten. Okay, okay. Verstanden. Und schon geht es weiter mit dem nächsten... Zack. Haben wir. So. Ups. Wow. What? Okay, dann lass mich mal überlegen. Mh, äh, mh. Da der Fuß. Der muss doch bestimmt... Nach da links oben. So muss das, genau. So. Ha. Sehr schön. Hat das echt cool gemacht. Das wird jetzt auch wieder ein bisschen kniffliger. Sodele. Ach so. So war das schon richtig. Jawohl. So. Na, jetzt haben wir da wieder was. Mh, mh, mh. Wie ist das denn richtig? So ist es richtig. Dann gehen wir wieder in den inneren Bereich. Sodele. Dann können wir weiter nach außen gehen. Und das muss jetzt... Nein. Nach da. Okay. War es das jetzt? Oh, Chaka. Ach nee, hier geht es noch mal weiter. Oh, das ist natürlich jetzt echt schwierig. Nur so schwarz-weiß. So. Hehehe. Okay, du musst da hin. Dann gehen wir noch mal in den inneren Kreis. Du musst dann wieder da hin. Ähm. So. Okay. Da muss jetzt dieser Kopf hin. Vermute ich mal. Jawohl. Jetzt hat sich das hier aber wieder verdreht. Mann, 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 Mann. So. 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 No. Nicht das schon wieder ganz drehen. So. Gucken wir mal. Ich glaube, dass da rechts sind Haare. Die müssen so hin. Genau. Kommt der Kopf wieder da hin. Das stimmt auch. Und das muss wieder so zurück. So. Chaka. Ging noch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und der Satan sprach zu Kain. Schwöre mir bei deiner Kehle und du. Und wenn du es verrätst, wirst du sterben. Okay. Gehen wir mal den Passcode ein. Ist da ein bisschen was dazugekommen zu der Wahrheit. Aber anschauen bringt noch nicht so viel. So. Das war also hier die Glyphe. So. Konntest du da an diesen Balken springen. Ich bezweifle das. Aber hier haben wir noch den Turm, wo wir einmal oben sind. Und den Taubenschlag. Aber ich würde vorschlagen, ich hole hier einfach noch den Turm, wenn ich denn da hochkomme. Nein, ich will nicht interagieren. Ich wollte mich fallen lassen. Da wurde doch fallen lassen angezeigt. Mann, Mann, Mann. Nein, ablehnen. Möchte ich gerade nicht. Das stand nicht auf meinem Plan. Das weiß ich auch. Wieso kommt denn da jetzt so eine... Und wieso stehe ich denn jetzt hier unten? Himmelsakra. Na okay, wenn wir gerade hier unten stehen, holen wir uns noch schnell die Kurek-Seite. Wenn du glaubst, wir sind nette Bürger in Uniform, die dich freundlich auf den rechten Weg zurückführen. Gut, dann stirb. So. So. Schnell hier rein. Kurek-Seite ist auch uns. Sehr schön. Das haben wir also jetzt. Und da hatte ich doch gerade eben noch eine Feder gesehen. Die möchte ich noch schnell mitnehmen. Auch guck, hier haben wir auch so ein Blättchen. Reißen wir schnell ab. Hepp, hepp. War zwar nicht hier auf der Seite, aber ich meine, da müssten wir jetzt hier dran kommen. Oder war die noch weiter weg? Nee, da ist sie. Sehr schön. Wieso kann ich mich jetzt nicht fallen lassen? An alle Mitglieder der Bruderschaft von San Paolo. Aha, jetzt geht's. So, Federchen ist eingesammelt. Au. Blöd, Mann. Er kriegt einen Hieb mit der versteckten Klinge nach der anderen und sagt immer noch, du stirbst. Das nenne ich mal mutig. Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel für seine Kavalerie. Ja, jetzt ist es meiner. So. Ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir uns hier mal ein bisschen verstecken. Gehen wir mal hier hin. Nee, ich will euch nicht anheuern. Ich will mal gerade hier anonym werden, um die Folge zu beenden. Und das machen wir auch jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch wenn es nicht so viel Action war. Aber so die Glühfe, die hat mich nochmal gereizt. Deswegen habe ich mir direkt zur Brust genommen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Ciao. Ciao.